er war klar und zu der Nähe machen die beiden zuerst weil wir können das einigermaßen zu dachten zu spüchern die mit klatschen der macht zuerst an die Beine der tolles auslosen einfach sagen ja die Freude jahre zuerst sehen ist ja ich weiß was ich meine ansonsten in die das ja aber wenn wer gewinnt da muss man warten bis man wieder voll Leben hat mehr erklärt das ist richtig leckerlich ein Herz sie das kommt ein ich meine leckerlich ja ein Herz sie das kommt aus als sie eigentlich immer wieder gelaufen und auch beim Klärer wird das gleiche mit dem der Wettbewerb kann ich so machen Marsch doch so dieser 40 die ist geil zähl ich 60 ich habe schon sicherlich bei mir egal wie ich habe wo er ich habe und stecke zweites geil doch auch mein Gott hier Rom ein er ist und er macht n er hat an die Mannschaft ja dann können wir zu dritt gegeneinander kämpft wer ist das überlebte gewinnt für die Ausgabe des Islam ist richtig billig warum warum das umweilig ja und toll das schlägt man immer auf zwei gleichzeiten sofort unwahrscheinlich dass einer stirbt schlitz auf einem doch ein nützt das sind aber so wahrscheinlich dass entweder ihr beide auf mich geht oder wir beide auf Silas und da Silas und ich auf dich und das ist scheiße wenn er auf dem Kind gibt es ja auch nicht mehr da muss man sagen häh jetzt sagen Silas wo bist du denn wahrscheinlich ich bin ja auf so einem komischen Luxusdampfer deine Mutter ist ein Luxusdampfer ey lass mal beim Spawn wieder treffen ich geh da jetzt hin ich bin ein bisschen mehr als der erste erste auf sich als wichtig die Liedung Bob ich bin kurz passiert was passiert ist ich bin noch ein Prozent ja ich bin ein paar er kann nicht mehr schlagen wenn sie sich darauf geschickt mit schlagen Arsch ich bin immer hier hier ist das schlangen Kumpel aber kann schlagen da für zehn Sekunden oder so ne ja nein sie gar nichts Der bleibt... Ey, wo seid denn ihr? Wir gehen zum Spawn. Wenn du eine Enderpeller auf jemanden wirst, bleibt der nur vor einer Sekunde stehen. Das ist gut, wenn der vor dir wegrennt, kannst du dir auf den Werfbleibler kurz stehen und du bist direkt in denen drin und du kannst schlagen. Und dann killst du ihn jetzt wahrscheinlich, weil er erstens wieder neu ansprinden muss, was total benannt ist, und ja. Okay, Lauren, wollen wir jetzt Fight machen? Ja, es sind noch zwei andere hier drauf, du Bob. Nein? Doch, fünf Leute sind noch drauf. Geht's, äh, Schluss. Liss bringt nichts, hier, kann ich gucken. Bla, bla, bla. Hier, U-Krassimer was killed by Mr. Creeper with Ivan's Sword. There are five players remaining. Toos was killed by Mr. Creeper with Ivan's Sword. Äh, Mr. Creeper got the double kill, there are four players remaining. Es sind noch vier Player drauf, also noch einer mit uns. Aber wo auch immer der ist. Wahrscheinlich wird er Silas gleich begegnen und Silas denkt, oh, den kill ich mit meinem Bier-Schwerd, aber dann trifft Silas immer nicht und dann wieder gekillt. Ja, oder er hat nur wieder einen Hack drinnen hier, die geile Sinne. Ja, und? Wund, wie sind wir jetzt. Näh, hält, und ich halt? Schau mal, Junge, Daniel, guck mich an, als ob ich von so einem Hack irgendwie beeindruckt, wer ich hab's voll... Ey, slag dich, sag ich man, schlag dich mal. Ok, schlag dich nicht, ich lief mir nicht. Nein, ich empinateD. Jörg bin ein helles Herz. Okay, ich habe ein Hellsatz, dass ich habe gekriegt. So, ich bin jetzt wieder ein Zug, aber ein Zug, aber ganz hinten. ja ich weiß wohl so kräfte auch cool steinspferd die gleiche mal ist anderthalb ja ich habe ein einherzt keine zusammengeniert wurde auch eine halbe herzen ich ja und du bist voll auf die zu gerannt es ist so dumm nicht nur wie ich auch zu tun ich nicht so viel mehr schaden bestehen das liegt da genau so viel bis springen so ist es jetzt zwei die sehr strenger und dann auch nicht zu und starten ja also wir bestehen du leckst voll ich hab dich nicht getroffen ja zwei herzen neuer verpackt ja das war heute du leckst so hart ich hab mich gerade so erschrocken am anfang an dieser typ ins haus kam das war so schlimm ich stehe rum mit meinem eisenschwert habe aber noch keine rüstung da irgendwie eisenhose und so ein scheiß und verschauberte schwert den so oft ist mich tot und habe ich ihn dreimal gehauen oder sofort tot er habe ich mir sogar ab wie schlecht ist der wir müssen jetzt hier dritte Lappen sie mir ändern hat da haben wir das nicht mehr als ich will jetzt klatschen dass man ein bisschen rumrennen das ist das essen kann man zusammen weil er eben in dem gut ist denn so ein tut ich habe bogenstärke 1 dann mit dem ich hier ist ein spinnen netz ich bin hier oben ein ja niemals zu einem drunter so mal aber hier bei den restlichen habe ich doch eigentlich gesagt dass ein spinnen netzloch hey ich bin hier bei einem anderen zug glaube ich es gibt nur einen er hat die Welt bei mir in den wagenzügel was wir kommen zu dem Zug wo wir gerade sind mal gucken ob du da bist und ich habe 52 feilen mein Gott dann schieße ich den zehnmal ganz locker ab dann ist mir das egal ob der ein Schwert schärf ja aber die Reaktionszeit dass jemand auf dich zu rennen nicht von raus holt es ist ein Ziel muss gestanden muss er ist nur ein so ja 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 da muss ich nicht schaden nein das macht genau so viel schaden wie normal das weiß nämlich keiner guck ich schieße er kommt noch macht spannend spannend das zu sparen bestehen die Schaden einherz einherz es ist noch mal mit gestanden man verstehen ja zwei herzen sie ja und aber es egal wie ganz schnell schießt dann machst du in einer Sekunde zwei schütze und sonst in drei Sekunden ein Schuss du musst du in einer Sekunde erhalt Prozent drei herzen Schaden ne sogar sechs herzen in einer Sekunde schießt bestimmt auch Prozent viermal ne wenn du ganz oft einfach so wie sie dann so eine sie ganz schnell spannen so klick 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 dreimal klicken dann machst du drei Schütze in einer Sekunde nein so schnell so schnell klickst du dir aber gar nicht doch die Kugel du musst mindestens eine halbe Sekunde spannen die stecken dann in der Luft fest ja wow dann halt eine halbe Sekunde spannen dann halt zwei Schüsse in der Sekunde immer noch besser als ein Leger Schuss der nix bringt er hat mich als Schuss damit ja ein 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 gespannter Schuss es sind die Blitze von ihm und Blitz wusste er ja ich die ich bekomme alle zusammenkommen damit wir die Blitze unterscheiden können sie das kommt zu uns er hat kurz das ist mein Kraft Gewitter jetzt kommst du es kriege doch gar nicht ja wir sind in der Wüste du schlauer da regnet sich nicht alles wüste denkst du wirklich das ist nicht es ist ja hier das ist die Wüste siehst du doch am Boden das Gras zu ehren warte F3 wir sind gerade in der Säger der Kälte ist ja okay im Moment mit der Säger ja siehst du was ja hier ist überall Wüste ja ich habe auch noch eine Enderpolle ja auch eine 600 Pellen ja ich muss sie wieder essen es gibt es doch gar nicht wie oft muss ich essen Alter ich hab so viel Essen ja ich hab noch roh äh ich äh ach ne ich auch aber das ist gut nur 10 Millionen komische eklige rohe Fische 23 warte 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 lass uns lass uns gleich einfach einen Fight machen wahrscheinlich ist der Typ schon gar nicht mehr drauf und hat schon geläftet oder so ich gebe euch hier Slash Player wer kommt wo ich glaube hier ist es aufgeläutet worden irgendwo hier in der Richtung ah hier ist die Kiste oh Lederbrustpanzer Lederkappe wie immer oh die brauchen wir ja gerade alle ja eben ich gebe mir einen Lederbrustpanzer ja wovon ich sogar noch einen im Inventar hab ja ich hab noch zwei ich hab noch volle Lederrüstung außer Schuhen oder hab ich Schuhe ich hab drei Lederbrustpanzer einen Eisenbrustpanzer einen Goldbrustpanzer Lederhose Lederhäuser Lederhelmen das ist doch gleich einfach hä das Wetten der hat geläftet und jetzt das ist ja noch mal da vorne in den Wasserfall und was werden wir das richtig geile Sachen sind das sind Kisten aber wir brauchen nix mehr und zeig mal dein Dierschwert komisch ist hier was ist nur das ist mein Dierschwert nein hier so oh schießt mich nicht langweilig Junge das nervt so hart ja guck mal wie kann man denn nach Playern gucken T-slash Player kam ja nix nee T-slash List als der Gäste die Stütze im Leben ja da ist noch ein weiterer der Schieder Kugel List und erstergäste darf allein vor Ort ist gesegnet ganz schlechter allein vor live 4 als heißt sie ist noch irgendwo in der Kampfer der einfach denkt ja die Leften bestimmt weil sie keinen Bock mehr haben und sie haben der wir sind so und hier ausgerüstet ob jetzt letzten das ist doch nicht das ist schon wieder er was so klingt die ausgerüstet und cool ich habe eine full-iron gut für einen verstehen auch wegen Eisen und voll also für Eisenröste haben dort draußen nicht verstehen ob er ist sehr gut und mehrheitlich als Operator ob er heißt es gemacht hat das kommt davon abgelehnt dass du ein starkes er operat wurde sagt das so einfach das ist ja scheiße ich habe Operator Rüstung gibt es mich in Ruhe die Operator Rüstung ich bin ein Operator so muss dies ausgedrückt werden Alter wer nicht so wie du weißt schon seit mir seit ihr hinter mir ne seid irgendwann mal ich bin aber hinter dir hä wieso kann ich denn jetzt schon wieder keine Pilze abbrauchen das ist so scheiße kannst du nicht abhauen auf dieser Map hier nicht nur in einer bestimmten Region wahrscheinlich irgendwie hässlich okay ich denn dann schüsseln das ist ihr verkindlich er hat doch Pilz so und das war schon mit der ich hatte die er ist geschützten denn die sind einfach nur da weil die scheiße sind kommt das ganze auch abbauen Pfeil Goldstiefel wir müssen alle sind an sie ich hasse ist so ein bisschen dass man ein in einiges gucken eine neue neue warum gibt es keine hässlichen Blitze das nervt was die Blitzen eröffnet werden die warum es keine gibt es das nervt in der Kiste an Eisenstuhlte Prozent ein 60er 5.0 also einsteller an der Bahn am besten wenn du das erstes hast du so wichtig froh darüber und denkst du nahe es als ein Schwert mit einem er ist genau so alt ist es genau so ist es für das Ding zu tun das ist genauso und nun fängst ihren Schäden und dann fängst du auch ein Schäden und dann ist es nicht mehr so toll das war es irgendwie und fast vergleichbar wenn es da ist das ist ein Gegner das ist ein Gegner das ist ein Gegner das ist ein Gegner zu sehen toll war er zu sehen eigentlich noch ein halbes Herz der Beine abläuft und um ein ganzes Verzauert und Rüstung einst du es geht gar nicht nee roten Goldschwert die Hälfte der jetzt fast in den Topf ich dachte dass du sie lässt weil er so ähnlich ist so was wie du und man sich das auch nicht schaden ich so was er hat dich angegriffen der es nicht mehr machen Alter Junge ich hab ich hab so'n Schocken ich krieg nicht so ein Schocken das war gerade bei mir aus dem Kopf da kommt so ein Typ rein schickt so Daniel Moin jetzt was haben aber klatscht er auf mich eigentlich so ein Wüspi verarschen Spaß gibt und das neue geklatscht und ich bin so die Angelegenheit als klatschen ich weiß es ist bei uns aus dem Essener ich ich komme zu euch an und kohlen mit sollen ablassen am Arsch da was er sich nicht zu Ende ist es sind ganz bereit ist lange schon zu Ende das ist nicht das langweilige das sind OP-Apfel ist er in der Fall der Wachstuhl nicht sie ist schwer ein erster als erzahlen die eine andere wasserfreundliche EU da gibt es als EU-Abergen gut englisch er ist auch sehr lieb und entstand an den Bergen der die im Platz im Paulsen an den Kursen Klan im Kronik ja im Porten ja, warum kann ich denn nicht auf dem Seerosenblatt jetzt bin ich in dem Seerosenblatt wo bist du denn du? du warst auf dem Wasserfall deswegen kann ich auch auf einem komischen Seerosenblatt laufen ich hab zwei Bögen oh und ein Holzschwert da hab ich alles weggeworfen da, da bist du da Gegner, wir müssen klatschen äh? danke für den Fall danke für den Pfeil danke für den Pfeil ich brauch mich noch, ich hab mich nur 16 wow Silas ja ja, haha ja, unnötig, können wir jetzt endlich anfangen wo muss man gerade sagen wo sind glatte Fläche, wir machen einfach hier ähm und ich renne sofort ja, aber bei mir schwebt ein Pfeil in der Luft, lol mh ok, das haben sie lasst, oder bleibt da mir egal ey Daniel hier über diese komischen Desertfläche oh ich komm zu euch toll, da sind nur elf Pfeile von Anfang an und kriegst du schrauben keine Ahnung Hunger hey, warte, warte mh, mh, klar, du hast fast die ganze Lippe denn im Tag mhm, du hast fast die ganze Lippe denn den Tag iBCC, 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 iBCC ist ja, warte, ich hatte ja, ne, durch drei geteilt ich finde so äh, gegen Lorenz mhm so, was willst du sie lassen? mit drei ich kann anfangen Prozent so ist auch ganz genau an 1 2 3 das ist auch nicht nun das ist recht gut klar er klatschig von uns die Rentsch der Tiefen in der Klasse der und jetzt bist du dran ich bin nicht auf der Falle ich bin nicht vorbereitet halt so was wird das ist denn ich hasse ist du mit deiner schlagblock taktik ist so nervig da hat sich so schlecht sie dass wir sollen sie lassen geworfen ich habe nicht gewonnen sie lassen gewonnen der die kurs gilt bei spazien 23 ein paar sieben zwanzig drei Jahre in einem zwanzig bei der Niedernis mal egal ob es um Geld hat er gar nicht gewonnen hat er auf all diese kannst du mich denn dann noch schlafen da ein bisschen Lappen Silas so ein Opfer mit Daniel hat gewonnen das war ein Back in der Chat da er steht denn ich gehe ich kann sie ein zweites es kann man jeder hat es hat sich auf die Fähre im Standort das ist mal auf und wollen meinen Vater mein der Garten und ist bei der Aufnahme und dann ändern wenn ich jetzt die Aufnahme war sie das ist ja das ist ja das ist ja auch sehr stark und es hat die mich er hat nur ein Bild da und wenn man kann er auch bei mir an ich weiß das ist das nächste Mal tschüss so ein Mann haben jetzt kommt zu einer weiteren Let's Play Microsoft Hanger Games und die Welt direkt los die Aufmerksamkeit haben sie hat einen Schatz ja eine Komponente der Erlöser haben ein Gott verkauft da kommen kommen ist er entdeckte ich er bin auch gar nicht mehr spiel der unteren Schauer einmal das ist die 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 Einladung also 9 die Tiers die Schule bei der auch noch nicht an der Falle ein Schiff ein Schiff wo als er sagt das Laufen ich habe noch alter btf junge alter ist dieser Ziel ist aufgelegt durch die Konfi ausgegangen und nicht nur fest geklatscht ich auch nicht richtig die Hälfte ich ich habe Brot gegessen was wurde mich jetzt essen sein Essen angehe angerechnet sie wird die aber meint man es ist nicht voll geworden und deswegen bin ich jetzt leicht tot ich habe noch anders als Herzen das ist die wichtigsten die er nicht nicht erstessen ich habe die erste Teil des Jahres das ist ein Apfel war ja ja erreicht 0 wenn die aufnehmen da um die Kiste in die Gäste jetzt endlich das ist das weiß ich was weiß ich mich nicht mehr erledigt geendet er ist er ist am Arsch und wieso hat mir jemand so mega gehittet das war bestimmt das kann echt nur ein Hack sein nein der Chat ist total verdingelig dann ist der Server verbuggt und komisch ja ja der Chat ist verzögert und zwar richtig das ist eine Kiste ja hier ist auch eine Kiste aber die muss sowieso leer sein das ist so eine Verarschungskiste Kasseljahr dies lehrt bei mir die Sonne Kiste die Seriener das ist auch und ich gehe direkt Eisenschwert gekriegt aber dann nichts anderes weil als sie das aufgelegt hat Jungen ihr könnt in der Aufnahme sehen ja du könnt in der Aufnahme sehen ne ich hab den ich hab den abgehalten ne ich hab ein paar ich hab noch zwei drei Herzen aber äh der ist nicht los du bist du da ich bin auf der Schläge was bei mir und das ist wichtig Eisenschwert für dich Mann und Spaß jetzt ja hier Prozent Prozent wie die Dämpel Warte äh Hohle wo wo jetzt klatschen wir die ganzen Lichten hier Läderstattung mit mir rumgelenkt mir das Soundleiter so ich hatte von dir ja aber auch kurz du warst auch kurz weg egal er ist Liga unnötig also muss man sich nicht mal ich bin zu schlau wenn ich hätte er in der Hälfte ja er hat sich die Runde hier zwei Jahre hier um es ist es weiß ich also auch und den Baum n